Der Platz sieht so cool aus und der ist auch nicht weit weg von hier, fünf Minuten. Ich glaube zwar nicht, dass der geräumt ist, aber wenn er geräumt ist, dann haben wir... Oh, scheiße! Lauf, du Elchding! Lauf weg! Junge! Chilt der hier in Ruhe ab, oder was? Guck dir nicht so blöde! Guck dir hier blöde rüber, der Vogel! Sag mal, hast du gesoffen? Brudi! Meine Fresse nochmal! Ja, geh mal in deinen Wald zurück! Ich kann dir auch einen Salzleckstein per Amazon schicken, da musst du dir nicht so gefährlich von der Straße runterlegen, die Brühe.